Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Da einige darum gebeten haben, möchte ich heute ein kurzes Einrichtungsvideo zum neuen Samsung Galaxy S8 machen. Vielleicht hat sich ja da mit der neuen Experience 8.1 UX ein bisschen was verändert, beziehungsweise vielleicht sind da ja neue Optionen dazugekommen. Das wollen wir heute herausfinden. Anschließend schauen wir uns dann auch noch kurz die Software an, beziehungsweise wie viel Speicher denn ab Werk verfügbar ist und ich spreche ein wenig über meine ersten Eindrücke von dem finalen Gerät. Also ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr lang rum und starten direkt mit dem Video. Das erste, was ich machen möchte, ganz klassisch eine SIM-Karte einlegen. Ich glaube, das dürften die meisten wissen, aber ihr müsstet immer bedenken, vielleicht schauen da auch Neueinsteiger zu oder einfach Leute, die sich nicht ganz so gut mit Technik auskennen. Deshalb hier auf der Oberseite beim Samsung Galaxy Galaxy S8 ist der Einschub für die SIM-Karte, für die Speicherkarte, der Schlitten. Dann nehmt ihr einfach das mitgelieferte SIM-Eject-Tool, stecht einmal hier in dieses Loch da oben. Dabei gut aufpassen, das ist das auf der linken Seite von vorne betrachtet. Also ihr seht es hier links, nicht das hier rechts. Da ist nämlich auch noch ein kleines und das ist ein Mikrofon. Das ist aber etwas kleiner. Ja, will ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Dann kommt hier auch schon der SIM-Schlitten zum Vorschein. Links kommt die Speicherkarte rein und rechts eben die SIM-Karte. Die wollen wir jetzt gleich mal einlegen. Da kann man gar nichts falsch machen, weil die SIM-Karte eine abgeschnittene Ecke hat und ja, so passt das Ganze eben nur in eine Richtung rein und dann muss man nur darauf achten, dass man eben auch eine Nano-SIM hat und dann kann man das Ganze hier einfach wieder reinschieben. Darauf achten, dass das Loch, also dass die beiden Löcher hier zueinander passen und dann ist die SIM-Karte hier auch schon eingelegt und dann würde ich sagen, schalten wir das Galaxy S8 jetzt endlich ein. Das Ganze hier werde ich jetzt mal schnell überspringen. Also den Boot-Vorgang hat man ja schon im Unboxing-Video gesehen. Das ging schnell. Das Erste, was man jetzt machen muss, ist den Pin für die SIM-Karte eingeben. Das mache ich jetzt gleich mal. Habt ihr das getan? Dann einfach hier auf OK klicken oder ihr habt den Pin komplett deaktiviert. Könnte auch sein. Eine Sache, bevor wir jetzt mit der Einrichtung beginnen. Ich weiß, das Ganze flackert hier etwas. Das liegt einfach daran, unterschiedliche Herzanzahlen, mit der das Display hier läuft, im Vergleich zu einer anderen Herzanzahl meiner Kamera. Also bewertet das nicht über. In echt flackert das Display natürlich nicht. Ich weiß, die meisten von euch wissen das schon, weil das bei allen Samsung-AMOLED-Displays der Fall ist. Aber wie gesagt, ich wollte es der Vollständigkeit halber nur nochmal erwähnt haben. Ich kann das jetzt auch nicht umstellen. Das geht erst, wenn das Gerät eben eingestellt ist. Wir starten jetzt also mit der Einrichtung. Es wird auch schon gleich die richtige Sprache erkannt. Wenn ihr irgendwie eine andere Sprache wollt, könnt ihr die hier auswählen. Aber ja, wir sind in Deutschland. Ich spreche Deutsch oder ich versuche es zumindest. Und wir klicken hier gleich mal auf Starten. Und dann können wir uns gleich mit dem WLAN verbinden, würde ich jedem empfehlen. Ihr könnt das auch über euer Datenvolumen machen. Aber ja, ihr wisst es ja, WLAN ist in Deutschland definitiv die beste Wahl. Ich verbinde mich mal schnell mit meinem WLAN, wähle das hier aus und tippe schnell mein Passwort ein. Gesagt, getan. Und dann klickt man hier einfach ganz kurz auf Verbinden, wartet, bis das ganze geschehen ist, eine IP zugeteilt wurde und so weiter. Dann ist man verbunden. Und dann können wir weitermachen, indem wir einfach hier unten auf Weiter klicken. Jetzt gibt es hier diverse Geschäftsbedingungen, die man akzeptieren kann, aber nicht alle unbedingt akzeptieren muss. Was ihr akzeptieren müsst, ist hier der Endbenutzer-Lizenzvertrag und meines Wissens auch die Datenschutzrichtlinie. Wir versuchen es aber jetzt einfach mal ohne. Was man nicht akzeptieren muss, sind Diagnosedaten und dass Marketinginformationen gesendet werden. Davon würde ich euch auch definitiv abraten, aber ich versuche es jetzt mal auch ohne diese Datenschutzrichtlinie. Ich stimme den Bedingungen der Endbenutzer-Lizenzverarbeitung und den Benutzungsbedingungen sowie der Datenschutzrichtlinie. Also ihr seht es, die muss man doch akzeptieren zu. Also klicken wir hier auf Zustimmen. Aber wie gesagt, da unten kann man sich sparen, würde ich auch jedem so empfehlen, ehrlich gesagt. Jetzt könnt ihr euch mit eurem Google-Konto verbinden. Das ist kein Muss, würde ich aber jedem empfehlen, weil man sonst keinen Zugriff auf den Play Store hat. Ich mache das hier mal schnell. Ich tippe hier schnell meine Google-Mail-Adresse ein. Ist das getan, klicken wir hier einfach nochmal schnell auf Weiter und werden jetzt dazu aufgefordert, unser Passwort einzugeben. Das mache ich jetzt auch ganz schnell. Als nächstes werden wir dann gefragt, welche Google-Dienste wir denn nutzen möchten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, sichere deine Gerätedaten, würde ich jedem empfehlen. Nutze den Standortdienst von Google, sollte man auch machen, weil dadurch GPS-Fix zum Beispiel deutlich schneller funktioniert. Erhöhe die Standortgenauigkeit über WLAN, das gleiche nochmal. Beziehungsweise das war überhaupt, dass GPS funktioniert, dass das Ganze schneller funktioniert. Nur den letzten Punkt, also unterstütze uns beim Verbessern der Android-Erfahrung, den kann man immer weglassen. Und dann klicken wir hier auf Weiter und dann geht es auch schon weiter. Wir warten kurz ab. Ich glaube, da muss ich gar keinen Cut machen. Das geht hier normalerweise ganz schnell. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Daten von einem alten Smartphone wiederherstellen zu lassen. Da geht es vor allem um Apps. Ich habe hier logischerweise einige Smartphones drin, die ich in letzter Zeit so eingerichtet und getestet habe. Ich will das Ganze hier aber als komplett neues Smartphone aufsetzen. Das mache ich jetzt mal schnell. Dann können wir hier unten auf Nicht-Wiederherstellen klicken. Könnt ihr aber natürlich in eurem Fall dann anders machen. Jetzt wird hier die Zeit angezeigt. Eigentlich sollte hier die richtige Zeitzone ausgewählt werden. Ist in meinem Fall aber nicht so. Ja, dann dürft ihr euch nicht beirren lassen. Das wird bei euch wahrscheinlich alles automatisch richtig funktionieren. Ich habe das Ganze hier jetzt erstmal richtig ausgewählt und klicke dann auch nochmal auf Weiter. Jetzt wird es ganz interessant. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit auszuwählen, wie unser Smartphone geschützt werden soll. Interessant ist hier natürlich der neue Fingerabdruckscanner auf der Rückseite. Noch interessanter finde ich aber die Gesichtserkennung. Das will ich hier jetzt alles mal schnell ausprobieren, auch wenn es wahrscheinlich Probleme geben wird hier mit meinem Setup. Aber wir probieren es mal aus. Ihres Scanner ist natürlich auch möglich. Das kennen wir von Note 7. Ansonsten kann man auch einfach ganz normal eine PIN, ein Muster oder ein Passwort einrichten. Wir wollen jetzt aber mal die neue Gesichtserkennung ausprobieren. Wenn Sie die Gesichtserkennung zum Entsperren Ihres Telefons oder für die Anmeldungen in Apps verwenden möchten, gehen Sie folgendermaßen vor. Also erstmal einen sicheren Sperrbildschirm festlegen und dann das Gesicht registrieren. Wir wollen hier erstmal eine PIN auswählen. Bei Gerätestart PIN anfordern würde ich immer jedem empfehlen. Ich tippe mal schnell die PIN ein. Gesagt, getan. Jetzt kommt hier nochmal so ein Haftungsausschluss. Das muss man natürlich akzeptieren. Und jetzt fangen wir gleich mal an. Ich halte das hier mal etwas an, dass das Ding einigermaßen mein Gesicht erkennen kann. Ich musste jetzt einen kleinen Cut machen, weil ihr hättet einfach überhaupt nichts mehr gesehen. Ich musste jetzt hier wohin gehen, wo die Belichtung richtig gut ist, dass das Ding mein Gesicht natürlich ordentlich erkennen kann, weil das ist das A und O bei der Gesichtserkennung, dass es eben zum ersten Mal richtig gespeichert gut erkannt wurde. Das ist jetzt geschehen. Jetzt kann ich hier auswählen, welche Benachrichtigungen auf meinem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen. Ob Inhalte ausgeblendet werden sollen oder Benachrichtigungssymbole, möchte ich aber in keinem Fall. Also ich möchte, dass alles angezeigt wird. Deshalb klicke ich hier auf OK. Dann wurde auch schon der Schutz meines Smartphones eingerichtet. Jetzt haben wir hier nochmal die Möglichkeit, uns irgendwelche Apps herunterzuladen. Das sind vor allem Samsung eigene Apps, wenn ich das hier richtig sehe. Davon brauche ich aber den Großteil nicht. Deshalb mache ich hier jetzt überall den Haken weg, weil das überwiegend doppelt gemoppelt ist. Also Sachen, die mit Google Apps eh schon möglich sind. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Also ich mache hier jetzt überwiegend mal den Haken weg. Jetzt kann man sich mit seinem Samsung-Konto verbinden. Das würde ich euch auch empfehlen bzw. hier unten auch eins erstellen. Weil nur mit diesem Samsung-Konto habt ihr zum Beispiel den Zugriff auf Themes sowohl für das Smartphone an sich als auch zum Beispiel für das Always-on-Display und so weiter. Deshalb werde ich mich jetzt mal schnell mit meinem verbinden. Das wäre jetzt auch geschafft. Dann steht hier nochmal Willkommen bei ihrem Samsung-Konto. Man könnte jetzt ein Bild hinzufügen. Möchte ich aber ehrlich gesagt nicht unbedingt. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, alte Daten wiederherzustellen aus der Samsung-Cloud. Also wenn man schon mal ein Backup gemacht hat, würde ich übrigens jedem empfehlen, der irgendwie ein Samsung-Smartphone nutzt. Das funktioniert echt gut für Bilder zum Beispiel oder für andere Sachen. Also vor allem für Bilder. Echt eine geniale Sache. Oder eben über Smartswitch. Ach, jetzt habe ich das hier schon ausgewählt. Das wollte ich eigentlich. Na, egal. Man hätte hier auch Smartswitch auswählen können und dann eben Daten von einem anderen Smartphone zurückkopieren können. Das habe ich letztes Jahr schon mal gezeigt. Das Video wird jetzt hier irgendwo eingeblendet. Das sollte dieses Jahr exakt genauso funktionieren, eben über den On-the-Go-Adapter, der mitgeliefert wird. Also das ist auch ziemlich einfach, ziemlich cool. Funktioniert, glaube ich, mit allen Smartphones ab Android 4.1 und auch mit iOS und so weiter. Also schaut euch das Video an, falls euch das ganz interessiert. Hier kann ich jetzt meine Daten wiederherstellen von alten Samsung-Smartphones, zum Beispiel von meinem Galaxy S7 Edge. Das habe ich zuletzt genutzt oder dem S7 oder dem A5 2017 oder dem Note 7 und so weiter. Ihr seht es, aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Wir kommen hier nochmal zurück und sehen das Auswahlmenü. Wie gesagt, ich will dieses Ding hier wirklich frisch, jungfräulich neu einrichten, damit ich beim Testen einfach sehe, wie es funktioniert und das nicht irgendwie auf Datenmüll zurückzuführen ist. Deshalb klicke ich hier auf Überspringen. Weitere nützliche Funktionen. Schützen Sie Ihre Daten. Schützen Sie bla, bla, bla. Bildschirm-Layout festlegen. Das kann man alles später noch machen. Wettervorhersagen und so weiter. Jetzt wird es wieder interessant, weil man vielen Dingen zustimmen kann. Also jetzt hatten wir vorher schon Google. Jetzt haben wir die Samsung-eigenen Sachen. Zustimmung zur Nutzung Ihres Standorts durch den Inhaltsanbieter. Da geht es vor allem um Wetter. Ich mag dieses Wetter-Widget von Samsung ganz gern. Deshalb muss ich das aktivieren. Standortaktivierung und Suchmethodenänderung zustimmen. Und Benachrichtigungen über Wetteränderungen erhalten. Das mache ich weg, weil mich das nervt. Das brauche ich nicht unbedingt. Das muss aber, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden. Deshalb klicke ich hier jetzt auf Beenden. Und das sollte es dann auch schon gewesen sein von der Einrichtung. Ging doch ganz gut. Damit ist das Galaxy S8 jetzt eingerichtet. Ich schaue mir das Ding jetzt einfach mal ein bisschen an und dann gibt es noch mal kurz Infos zu meinen Ersteindrücken. Also ich habe mir das Ganze jetzt mal ganz kurz angeschaut, um mich hier zurechtzufinden. Das Erste, was wir jetzt machen wollen, wir schauen kurz in die Benachrichtigungsleiste. Da kommt nochmal, dass man über Smart Switch eben Dinge vom alten Gerät kopieren könnte. Hier Netzbetreiber-Einstellungen einrichten. Das muss ich später machen. Apps werden synchronisiert aus der Samsung Cloud eben und die Google Play-Dienste müssten aktualisiert werden. Jetzt gehen wir hoch in die Einstellungen, weil das Erste, was ich machen möchte, ist hier die Displayhelligkeit hoch regeln. Das machen wir unter Anzeige. Hier erst mal die Autohelligkeit aus und das Ganze hier eben etwas höher. Und dann sollte das bei euch hoffentlich auch nicht mehr so viel flackern. Was mir hier auffällt, und das haben ja auch schon einige von euch geschrieben, die Bildschirmauflösung ist ab Werk nicht in der vollen Auflösung, sondern 2220 mal 1080 WQHD Plus wäre 2960 mal 1440. Das mache ich jetzt gleich mal einfach, weil ich sehen will, wie die Akkulaufzeit bei der vollen Auflösung ist und ob man irgendwie einen Unterschied merkt und so weiter. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie viel Speicher denn verfügbar ist. Das ist seit neuestem Jahr unter Gerätewartung. Wir gehen auf Speicher. Ihr seht, 64 GB haben wir insgesamt. 11,4 sind blockiert. Werden wahrscheinlich noch etwas mehr, wenn ich ein paar der Samsung-Apps installiert habe. Habe ich aber nicht, das habt ihr ja vorher gesehen. Und dann sind bei mir jetzt 52,6 GB frei. Das geht meiner Meinung nach durchaus in Ordnung. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Ihr kennt die Benutzeroberfläche ja eigentlich schon, beziehungsweise das Ganze habe ich euch ja schon in meinem Hands-on gezeigt. Eine Sache haben wir jetzt gleich mal vergessen. Das geht auch in den Anzeigeeinstellungen, dass wir diese hässlichen Symbolrahmen ausmachen. Nur Symbole bitte. Das ist jetzt passiert. Ihr seht es. Jetzt haben wir quasi hier nur die Symbole. Und wie gesagt, der App-Drawer kann ja jetzt gestartet werden, indem man einfach einmal hier von unten nach oben wischt. Eine Sache, die ich euch noch kurz zeigen möchte, ist die Gesichtserkennung. Wir probieren das mal aus. Wie gesagt, das Ding ist gesperrt. Wir klicken hier einmal auf den Power-Button, beziehungsweise ich halte das Ding gleich mal höher, weil damit der Winkel zu meinem Gesicht passt. Ich hoffe, ihr versteht das. So könnt ihr noch ein bisschen was erkennen, glaube ich. Ich drücke drauf und es hat mein Gesicht schon erkannt und schnell entsperrt. Normalerweise geht das sogar noch einen Tick schneller. Also ihr seht, die Gesichtserkennung funktioniert wirklich ganz gut. Gut, wobei, wenn man da jetzt ein Bild von meinem Gesicht davor halten würde, würde es das Ding natürlich auch entsperren. Also habe ich zumindest gelesen. Davor warnt Samsung auch. Aber der Punkt ist natürlich, wenn das Ding von einer wildfremden Person geklaut wird, die hat wahrscheinlich, oder die kennt euch nicht, die hat kein Bild von euch, trotzdem der Fingerabdruck oder auch natürlich der Iris-Scanner deutlich sicherer. Aber ja, das war es von diesem Einrichtungsvideo des neuen Samsung Galaxy S8. Nichts wirklich weltbewegend Neues, aber der Punkt mit der Einrichtung der Gesichtserkennung, den fand ich doch ganz interessant. Ich werde das Galaxy S8 jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen ausführlich testen und ich kann euch versprechen, dass noch einige Videos folgen werden. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau.